So meine Damen und Herren, heute gibt es Macaroni a la Hackfleisch-Pikant-Spezial. Und zwar mal nehme 600 Gramm Hackfleisch ohne Fett, angeschwitzt mit Zwiebeln in Olivenöl. Danach fügt man die Knoblauch dazu, danach spezielle Gewürze, Peperonis, Tebel und so weiter. Salz und Pfeffer ist klar. Und dann ein bisschen fügt man Tomatenmark rein, auch angebraten. Und dann verdünnt man das mit kochendes Wasser. Dabei kann ich nicht erklären, dieser Geschmack ist einfach unbeschreiblich.